Hallo meine Freunde und Willkommen zurück zur Zuschauer-Challenge von Super Smash Bros. for Wii U. Mein nächster Gegner ist der Andi und sein Main ist Yoshi. Und mal gucken ob er den direkt auswählt. Ich werde wieder mit Shulk starten. Oder Shulk, wie ihr wollt. Ist mir egal, Shulk klingt für mich immer noch cooler. Aber jedem das eine. So gut, Regen sind fertig eingestellt. Und er will auch auf Zufall Omega spielen. Dann machen wir doch einfach Zufall Omega. Und lassen wir uns überraschen. Okay, meint ihr zu mir, er ist kein besonders guter Spieler, aber das macht ja nix, das macht ja nix. Und das werden wir sowieso erst gleich wirklich auf dem Schlachtfeld sehen. Vielleicht unterschätzt er sich selbst einfach. Kann ja sein, wir werden sehen. Und ja, ich glaube ich muss den Tatsachen ins Gesicht sehen. Ich glaube, mein Main ist nicht mehr schick, sondern wieder Shulk. Aber okay. Wollt ihr mich aufstecken? Also einfach, lass ich mir den nicht machen. Er hat schon mal den ersten Schaden gemacht. Das ist schon mal gut. Ich krieg ihn grad nicht getroffen. Schade, er rollt weg. Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was er hat. So schlecht ist er doch gar nicht. Na, grad noch erwischt. Aber wie gut genau werden wir noch sehen. Ah, verdammt. Da bin ich drauf eingefallen. Ich wollte eigentlich gerade abhauen. Aber er war ein bisschen zu spät. Na komm. Aufpassen, was er so genau macht. Ah, verdammt. Er ist nicht gleich. Au. Sehr schön. Er kennt sogar Kombos. Also von daher... Von daher ist alles gut. Oder war das... Oder verwechsel ich das gerade und hat mir jemand anderes das gesagt, dass er nicht so gut wäre. Ich weiß nicht genau. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Kann sein. Also nehmt meine Worte nicht auf die Goldwaage. Oh, da hab ich ihn grad noch getroffen. Hat leider leider nicht gereicht. Schade, schade. Speed. Ich könnte jetzt auch smashen, aber bin auch schon im hohen Bereich. Das wäre nicht so gut. Sehr schön. Da hab ich ihn ausgerollt. Quasi. Wenn man das noch nennen kann. Ja. Schade. Hätte ja klappen können. Sehr schön. Und der macht wieder einen Fehler. Das sollst du eigentlich nicht zu häufig machen. Das ist gefährlich. Auch wenn ich beim ersten Mal drauf eingefallen bin. Ja, muss nix heißen. Oh je. Das find ich aber nicht so cool. Geh weg. Sehr schön. Na verdammt. Jetzt hat er nicht aber... Und... Ah, schade. Wollte grad sagen, jetzt hab ich ihn. Aber ne, leider nicht ganz. Komm her. Ah. Verdammt. Wo mach ich das immer? Das ist auch dumm von mir. Das sollte ich auch nicht so häufig machen. Schade, schade. Gut abgewartet. Sehr schön. Gut. Nächst mal wieder auf Speed. Ein bisschen mit der Schnelligkeit von Yoshi hinterher zu kommen. Yoshi ist ganz schön schnell. Das kann man nicht verleugnen. Deswegen hab ich auch Probleme damit, ihn zu treffen. Und der macht schon wieder. Nee, nee. Das sollst du nicht tun. Darauf fall ich nicht rein. Zumindest nicht so... Nicht allzu häufig. Man kann zwar drauf hoffen, aber... So sollte man lieber nicht spielen. Äh, das sollte ich auch nicht machen. So, jetzt kann ich's aber machen. Dank seinen Grab. Wow. Da stand ich nicht weit genug weg. Schade. Verdammt. Gut gemacht. Gut gemacht. Ah, schade. Ich dachte es reicht. Ah. Okay, ich hab den Sprung noch. Ich dachte schon, ich hab's verkackt. Ah. Komm her. Schade. Nee, nee. Ich sollte echt nicht so viel smashen. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Und meine Gegner definitiv nicht unterschätzen. Ich hab das wieder gemacht. Hätte ich härter bestrafen können, aber... Ich kam nicht rechtzeitig dahin. Ah, verdammt. Haha. Das war keine gute Idee. Was hätt ich eigentlich wissen sollen. Verdammt. Au. Gut gemacht. Der hat mich als erstes rausgehauen. Jetzt bin ich hier hinten. Aber nur leicht. Ja. Haha. Nein, verdammt. Jetzt bin ich auf dem falschen. Das ist mir grad zu riskant, wieder zu wechseln. Sehr schön. So. Jetzt aber... Ja, damit hab ich noch ein bisschen Probleme, das schnell zu wechseln. Die Art. Das muss ich noch ein bisschen besser lernen. Und jetzt sollte ich ihn eigentlich mal erwischen. Ah. Ah. Da greift er nicht einfach so an. Gut, gut. Na, da ist meine Art auch schon wieder weg. Gut. Dann muss ich es so versuchen. Au. Jetzt fähre ich heute auf. Nein! Haha. Okay, das war schon besser aus kürzere Distanz. Ich hab's zwar gesehen, aber konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Okay, komm. Ich hab schon vier Prozente. Ich sollte ihn jetzt langsam mal... ...finishen. Au. Jetzt versuch's grad hart mit dem... ...Konter. Äh. So klappt das natürlich nicht. So unüberlegt. Ah, sehr schöner Treffer. Okay, hat gereicht. Okay, ich sollte auf Schild gehen. Äh. Konntet mich gut aus mit den Eiern. Komm ich nicht so... ...nicht nah genug ran. Ohne mich erwischen zu lassen. Gut. Ja, das war das Grand. Nein. Verdammt. Was schart. Hat mich unterbrochen. Ah, okay. Jetzt hat mich die Schockwelle gestört. Sehr schön. Nein. Wow. Haha. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte meine Art noch weiter wechseln. Schade. Leider wie auf Speed. Liege ich leider auch leichter weg. Deswegen lebe ich grad ein bisschen gefährlich. Nein. Verdammt. Ah, da wollte ich gerade... ...zu sehr die Art wechseln. Und dachte ich schaff's noch rechtzeitig zu kontern. Äh, also zu, äh... ...schielen. Gut, der erste Punkt geht damit an Andi. Sehr schön. Gut gekämpft. Auf jeden Fall. Und dann klären wir mal die nächste Stage. Okay. Stage ist gequert. Ich nehme die Smash-Start wieder mal. Wie beim... ...wieder bei der letzten Folge schon. Damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Verdammt. Ich hab Augenhänge genommen. Verdammt. Ich trottel. Nein. Kann ich nochmal zurück? Ah, sorry für mir Fail. Okay, äh, machen wir das Ganze nochmal. So, ich... ...weil über Shark. Und hoffe, das läuft diesmal besser auf Smash-Stadt. So, jetzt normal wählen. Dankeschön. Gut. Dann können wir jetzt weiter machen. Ich muss echt aufpassen. Hehehe. Um das hier nicht zu verlieren. Weil ich will ja natürlich schon mein Bestes geben. Mal gucken. Können wir mich vielleicht wirklich besiegen. Tuning. Diesmal. Okay. Dann... ...wollen wir mal loslegen. Tuning ist auch gefährlich. Mit seinen ganzen Projektilen. Aber... ...gerade komm ich an... ...an ihn besser ran. Das ist schon mal gut. Ah, okay. Er macht wieder die Attacke. So bin ich aber reingefallen. Oh. Au. 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 Nein. Nein, 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 nein. Nein, das war dumm. Ja. Er hat ja jetzt natürlich... ...volle Schussbahn, sag ich mal. Ah, sehr gut. Er hat abgewartet. Ah, diesmal nicht. Diesmal nicht. Er klappt bestimmt nicht immer. Da passe ich schon auf. Ah, verdammt. Jetzt hätte ich ihn... ...bestrafen können wieder. Ah, da war ich gerade in der Luft. Da konnte ich leider nicht so schnell reagieren. Mach das nochmal. Mach das nochmal. Nein, diesmal nicht. Schade. Au. Da triffst du mir nicht hin. Mich nicht. Die Plattenformen sind zumindest schon mal gut dafür, um meine Art zu wechseln. Na, schade. Falsche Richtung. Aber an sich hat's geklappt. Na, dachte mir doch. Und tschüss. Das sollst du echt nicht so häufig machen. Ich sag's immer wieder. Verdammt, meine Art ist noch nicht bereit. Warte ab. Der hat mir gerade ein feines Knie geschossen. Das kannst du doch nicht machen, ey. Wir sind doch hier bei... Nicht bei Skyrim. Ja. Okay. Ich hab mich erwischt. Smash will jetzt mit dir und er. Ich will gerade unbedingt... ...mir fein ins Gesicht schießen. Ich weiß nicht genau warum. Es tut doch weh. Ah, schade. Wir haben hier nicht richtig... ...Dinges bestrafen können. Aber... Ja. Zumindest ein bisschen. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht kommt er. Bäh. Das war irgendwie die falsche Attacke. Ne, ne. So nicht. So nicht. Ah, schade. Vielleicht... Ich dachte, vielleicht fällt er drauf ein. Aber... Das war viel zu riskant. Das bedeutet leider mein Tod. Ich sollte nicht so riskant spielen. Ich muss immerhin... ...hier einen Kampf gewinnen. Ich bin immerhin im Rückstand. Aber... Ich scheine mit Tunlink besser klar zu kommen. Vielleicht liegst du auch an der Stage. Ich weiß nicht. Kann natürlich alles sein. Sehr schön. Dann kommt er aber wieder. Oder auch nicht. Okay. Hab ich mich vertan. Verschätzt. Ich dachte, das kriegt er noch. So. Wieder schön meine Art wechseln. Ne, ne. Du kriegst mich nicht. Ich guck mich dann schon selbst. Schade. Gut gekontert. Also... Abgewehrt. Ah, sehr schön. Jetzt hab ich gekontert. Schade. Einfach die Bombe zurückgeschlagen. Mit meinem... ...mein Smash-Angriff. Au. Au. Nein. Schließt mir keinen Fall ins Gesicht. Verdammt. Wir haben zu lange gewartet. Hab ich den Boomer noch erwischt. Und... Jawoll. Hat funktioniert diesmal. Sehr schön. Ah, schade. War ich nicht schnell genug. Haha. Gut. Ich dachte schon. Mein Konter reicht nicht lang genug. Komm runter. Ich krieg die schon noch. Und... Ah, schade. Nicht ganz. Nicht ganz. Jetzt aber. Reicht aber noch nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Okay, ich geh mal aufs Schild. Sicherheitshalber. Der hat mal gekontert. Aber leider Fail. Na, schade. Ich dachte, der kommt früher hoch. Ne, das war dumm. Das war dämlich. Äh, definitiv dämlich. Aber das nicht. Reicht aber immer noch nicht. Ah, verdammt. Nein, Mist. Ist noch nicht bereit. Hätte ich wissen sollen. Ah, Mist, Mist, Mist. Ah, verdammt. Bisschen falsch getimed. So, jetzt aber. Nice. Huh. Das wurde nochmal ganz schön knapp. Aber damit steht es erstmal eins zu eins. Schön, damit ist wieder alles offen. Und ich bin gespannt auf den nächsten Kampf. Mal gucken, wie er Joschi nimmt. Da scheinen nicht mehr Probleme zu haben. Aber okay, wir werden sehen. Okay, Stage ist geklärt. Wir nehmen die belagerte Burg. Aber in Omega. Er wollte dann nicht die normale nehmen. Schade. Aber okay. Ich bin gespannt, ob er jetzt wieder zu Joschi wechselt. Oder ob er bei Tool Link bleibt. Oder vielleicht einen ganz anderen Charakter nimmt. Ich weiß nicht. Aber in jedem Fall bleibe ich bei Shulk. Hehehe. 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 Look. Aber okay. Mal gucken, mal gucken. Er ist wieder bei Joschi im Gespräch. Hehehe. 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 Er hat zumindest schon mal die Fost Hits. Hehehe. Aholare. nichts heißen naja das war dumm joshie schnell als ich sollte das nicht tun nein das wollte ich diesmal wollte ich das tatsächlich gar nicht man mag es kaum glauben hat er mich hat er mich noch nicht erwartet ich wollte konnte das wäre die gelegenheit gewesen verdammt das verdammt er ist einfach schneller als ich nicht gut nicht gut muss mich konzentrieren erschaffen erschaffen ich muss nur an mich glauben verdammt nicht gut nicht gut ich muss auf ein opening hoffen mir irgendwie präsentiert was der smashbau hier hat da jemand items eingestellt das bedeutet disqualifikation ist ja schon klar oder an die damit habe ich wohl gewonnen tja was soll man da machen nein natürlich nicht so lange keiner der smashbau bekommt drücke ich mein auge zu hätte ich konnte es sollen ist jetzt spät reagiert nein diesmal nicht aber er war ich auch aus aber so dankeschön komm her das hätte vielleicht nicht immer so übermütig in den rein rennen und warten bis er kommt hätte ich wieder konter können ich sehe was die opening aber aber ich nutze sie nicht richtig verdammt hier soll ich lieber ausweichen joshi ist schneller als ich immer noch nein ah verdammt ja da wollte ich gar kontern das ist perfekt gepasst nein das hat weh getan das war gut hatte mich erstmal schön gemäht hier ort schon wieder ich hätte es schon wieder bestrafen können ich mache es einfach nicht aber ich gebe noch nicht ab okay der kann ja direkt den angriff machen das hätte ich nicht gedacht da sollte ich aufpassen ah verdammt ich hatte ihn doch schon ich habe doch schön die animation des konters gesehen warum hat das nicht geklappt okay aber das hat geklappt sehr schön schade ah doch hat noch geklappt und diesmal den harten konter aber reicht natürlich nicht mit den niedrigen prozenten das war schon nicht von ihm aber genau auf sowas muss ich jetzt hoffen und schon wieder wow jetzt hätte ich fast nicht richtig bestraft ich hätte ich hätte einfach kontern können das ist der einfachste weg gewesen aber yes dankeschön puh okay ich bin nun mal auch ein Nachteil aber ich könnte das noch reißen jetzt würde ich jetzt ein bisschen defensiver zu spielen ich habe schon wieder nicht gekontert ich habe es einfach nicht ich habe es einfach nicht nein das war dämlich und riskant und das auch aber auf den niedrigen prozenten kann mir das wie gesagt egal sein ich dachte er könnte mich oh okay jetzt hat er mich gekriegt das war knapp das war ja schon knapp und wie zu riskant und okay er kann noch ausweichen nicht schnell genug nein nein das sollte ich nicht tun aber ich habe ihn damit gelockt das war gut mit den hohen prozenten kann er es nicht so schnell ausführen sodass ich einfach ausweichen kann nein okay ich hätte nicht gedacht was die Reichweite reicht dass es mich noch trifft okay Leute damit haben wir den ersten Gewinn in der Challenge den lieben Andi mit seinem Main Yoshi sehr schön gekämpft sehr schön hat mir Spaß gemacht das waren auf jeden Fall ziemlich knappe Kämpfe aber hat er sich verdient den Sieg definitiv echt gut gekämpft und ja ich bedanke mich dafür dass du mitgemacht hast und du kriegst den ersten Eintrag in der Ruhmeshalle ich hoffe du freust dich und ja Leute dann würde ich sagen das war es für diesen Part schon in Part 3 das erste Mal verloren ja ich bin gespannt wie die nächsten Kämpfe so aussehen werden also meldet euch weiter freiwillig an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin ciao vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe euch hat der Part gefallen wenn ja würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen schreibt außerdem doch mal in die Kommentare was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut und abonnieren nicht vergessen damit ihr nichts mehr verpasst bis dann oder Detoxan oder Detoxan bis dann 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018